Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Auskunft teilen. Ein Schreckgespenst für jeden, der frei handeln will, ist die Gefahr einer negativen Eintragung in Auskunft teilen wie der Schufa. Der Score der Schufa wird festgesetzt und entscheidet, ob jemand einen Mobilfunkvertrag, ein Bankkonto, einen günstigeren Stromtarif, eine Lieferung durch einen Versandhandel oder gar eine Wohnung bekommen kann. Wie sich allerdings dieser Score zusammensetzt, im Detail, ist nicht ausreichend bekannt. Eine Sache, die den Score negativ beeinflusst, ist, wenn jemand häufiger umzieht oder den Wohnort wechselt. Die Gründe dafür bleiben unberücksichtigt. Handelt es sich um einen Mietnomaden, ist diese negative Entwicklung des Score gerechtfertigt. Gleichermaßen sieht aber auch die negative Score-Entwicklung aus, wenn ein Unternehmer, um sein Unternehmen auszubauen, jedes Jahr in die Nähe eines neuen Standortes zieht, um die Anfangszeit zu überwachen. Spätestens hier schwächelt das System mit den Auskunft teilen. Man kann diese Umzüge nicht mit demselben Maßstab bewerten, wird aber so gemacht. Wer häufig umzieht, bekommt Punktabzüge. Dass Banken und Unternehmer daran interessiert sind, bevor sie mit ihrem Geschäfte machen, zu prüfen, ob dieser künftige mögliche Kunde überhaupt zahlungsfähig ist, ist bei der Zahlungsmoral heutzutage durchaus nachvollziehbar. Mein Video zum Thema Einstellung und Integrität findest du oben unter dem i. Umso wichtiger ist es jedoch, dass diese Score-Daten und Informationen der Auskunft teilen nachvollziehbar, transparent und fair sind. Neben den Umzügen fließt in den Score ein, ob jemand ein regelmäßiges Einkommen aufweist, Kredite, Leasing und Ratenverträge stets pünktlich zahlt, eine Vermögensauskunft abgeben musste, vermehrt Rücklassschriften auf einem Konto vorkommen und die Häufigkeit, wie oft das Bankkonto gewechselt wird. Auch beim Wechsel von Bankkonten bleiben die Gründe unberücksichtigt. Ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis, weil zum Beispiel, wie schon oft vorgekommen, Zinsen durch die Bank nicht korrekt berechnet werden, werden dem Kontowechsler im Score negativ ausgelegt. Das pünktliche Zahlen von Leasingraten und Krediten hingegen obliegt für eine Vollständigkeit jedoch dem Zahlungsempfänger, dieses überhaupt der Auskunfttei zu melden. Somit sind diese Daten der Auskunftteien und der Schufa-Score nur bedingt aussagekräftig. Leider verlassen sich Banken und Unternehmen auf diese Informationen, als wäre immer alles so, wie es da steht, und vertrauen den Empfehlungen der Auskunftteien. Ich sehe in den Auskunftteien ein Datenschutzproblem. Ein berechtigtes Interesse vorzutäuschen, um Einblick in die Daten zu bekommen, ist nicht schwer. Die DSGVO schreibt fest, dass man immer informiert werden muss, wenn Daten wegen diesem berechtigten Interesse abgefragt und weitergegeben wurden. Zudem hat jeder das Recht, jederzeit zu erfahren, welche Daten über einen selbst bei wem gespeichert sind und auch dessen Löschung zu fordern. Die Auskunftteien halten sich nicht daran und machen ihr eigenes Ding. Man kann bei der Schufa zum Beispiel nur einmal im Jahr seine eigenen Daten abrufen. Weitere Abrufe werden in Rechnung gestellt, entgegen der DSGVO, die jederzeit den möglichen Einblick vorsieht. Ebenso wird nicht gelöscht, wenn man seine Daten löschen will, sondern es werden Fristen festgelegt. Auch dieses entgegen der Datenschutzgrundverordnung. Hier muss die Politik der Umsetzung dieser Verordnung Nachdruck verleihen. Diese Auskunftteien entwickeln sich jedoch mittlerweile zu Datenkraken. Es ist bereits vorgekommen, dass die Möglichkeit, den Energieversorger oder eine Versicherung in den freien Märkten zu wechseln, abgelehnt wurde, weil zu häufig ein Wechsel vollzogen wurde. Die Daten der Wechsler werden von den Auskunftteilen gesammelt und weitergegeben. Selbst die Veranlassung der Löschung der Daten beim vorherigen Unternehmen schützt nicht vor der Verbreitung der Daten. Es gibt Personen, was legitim ist, die alle zwei Jahre oder bei jeder Erhöhung der Kosten von Anbietern wechseln und Log-Angebote als Neukunde nutzen. Die Auskunftteilen stellen sich mit dieser Datenpolitik gegen die freie Marktwirtschaft. Es kommt erschwerend hinzu, dass immer, wenn ein Hinweis durch die Auskunftteilen zugesendet wurde, dass Daten abgefragt und weitergegeben wurden, dass die Zahl illegaler Werbeanrufe und Spam-E-Mails rapide in die Höhe steigt. Auch wenn ein berechtigtes Interesse vorlag, um Daten abzugreifen, sieht man an der Entwicklung, dass die abgegriffenen Daten erst recht im Energie- und Finanzsektor zweckentfremdet werden. Ein Video zum Thema Telemarketing findest du oben unter dem i. Ich bin der Ansicht, dass für Auskunftteilen keine anderen Regeln gelten dürfen wie für alle Unternehmen. Löschen und das Verbot der Weitergabe von seinen Daten muss für jeden Bürger möglich sein, genau wie der Einblick. Eingriffe in die freie Marktwirtschaft durch Wechslerdaten muss den Auskunftteilen untersagt werden. Zudem müssen alle Daten, die den Score negativ beeinträchtigen können, mit den Umständen berücksichtigt werden. Ich wünsche euch einen seligen Karfreitag und eine gesegnete Osterwoche. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.